sehr herzlich willkommen zu einem neuen gratis aktions video von mir gregor winterlandschaft ja das wird jetzt das letzte gratis aktions video von meiner seite sein von mir weil ja es ist jede woche ein gratis spiel erhältlich und ja da jetzt jedes mal wieder zu machen ich weiß nicht ich glaube das kommt vielleicht für euch auch nervig rüber und ja und wenn hätte würden dann sagen ja ich will jetzt nur aufrufen klicks haben und für mich ist es auch ein bisschen zu aufwendig wenn ich das in einem video auch sagen kann ich habe schon ein paar videos gemacht und wir sehen könnt jede woche ist immer ein spiel bei epic games store gratis zu haben das ist nicht schwer zu installieren eine installieren wenn ich jetzt nicht zu kaufen und dann kann man es installieren wenn man will muss man aber nicht ja und das hat den vorteil er hat sich dafür immer kostenlos auf einem epic games account und vor allen dingen falls man den epic games account verkaufen wollt kriegt ihr vielleicht eventuell mehr geld dafür also wirtschaftlich lohnt sich das auch und es ist verbraucht fast keine zeit um da jetzt das spiel zu kaufen so zu holen ja kaufen nicht der british gratis ja nur halt ihr müsst eine zwei faktoren autofizierung haben das ist der einzige und anführungszeichen nachteil damit sich ausgenutzt werden kann quasi von 100 accounts und so aber sonst ist es eine coole sache von epic games und es wird jetzt das erste video dazu sein wie gesagt schaut immer einmal in der woche vorbei und dann holt es euch das dauert vielleicht fünf minuten wenn es hoch kommt dann habt ihr das spiel ist keine hexerei jetzt diese woche noch für eine halbe stunde ist das gratis danach nächste woche das und dann das gut gehen wir mal drauf wie immer klicken drauf ist auch schon ein besitz normalerweise geht es so dass dann darauf klicken ist holen müsst und dann einfach nur zustimmen müsst e mail brauchst du keine angeben akzeptieren fertig geht ganz ganz schnell ja jetzt ist da eine bibliothek trainern was ja alles können sie installieren wenn es wollte müsste aber nicht ja könnte auf mehreren pc ist dann bei games dort quasi zugreifen dann wenn ihr die zwei faktoren autofizierung auch habt ganz einfach und das ist jetzt jede woche so von daher immer wenigstens einmal in der woche in epic games dort reinschauen und das ist ja keine kunst finde ich ja dann tschüss zu lieben tschüss los wie dann ja euer kreger max akka winterlandschaft und übrigens gestern wollte ich noch was sagen gestern in einem halben jahrs weihnachten und jetzt sind wir quasi schon in der zweiten hälfte ohne nicht einmal in halben jahrs bei weihnachten auch schön oder ich freue mich schon drauf gut dann tschüss ihr lieben und noch was die tochter meiner tante paula also meine anführungszeichen tante als die freundin meiner mutter ist namens claudia die tochter namens claudia von ihr hat heute geburtstag ihren 540. würde ich sagen auch alles gute an sie an claudia von mir gregor ja das wollte ich noch erwähnen dann tschüss ihr lieben tschüss los wie lange euer kreger max akka winterlandschaft tschüss